So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Lange gab es kein Let's Play von mir. Gut, war auch viel krank, war nicht da und so weiter. Jetzt gibt es aber neues und zwar Prey. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Ich habe ja schon mal etwas hochgeladen von der PS4 die Fassung, aber die fand ich grottenschlecht und habe es mir fast schon nicht gekauft, das Spiel. Aber ich habe mir gedacht, auf dem PC muss es ja besser laufen, denn es war ja eigentlich nur der Kritikpunkt, dass die Steuerung ziemlich scheiße war im Grunde. Das heißt, wie gesagt, das Umschauen, die Empfindlichkeit, das war nur am Schwimmen und war eigentlich nur am Haken. Also das war echt scheiße, das wissen wir ja. Und die Texturen waren halt immer am Nachhinein gut, das stört mich jetzt bei so einem Spiel mit solcher Grafik nicht. Aber auf dem PC weiß ich so weit, läuft das ein bisschen besser, denn ich habe schon mal kurz, noch nicht mal eine Minute gespielt, um die Sachen einzustellen für euch. Ich wollte die Musik, ihr kennt mich ja, Musik braucht kein Schwein, weil das ist halt nicht echt. Ihr habt ja auch, wenn ihr da rumlauft oder wenn ihr irgendwas macht, keine Musik im Hintergrund. So, auf jeden Fall, wir starten jetzt. Ich habe meine Uhr im Blick, auf jeden Fall, damit ich nicht wieder zu lange Videos mache. Natürlich ist es auch manchmal schwer, dass man irgendwas Aufregendes erlebt in einer Folge, aber das ist ja völlig normal. Ja, die Musik ging mir schon beim letzten Mal auf den Sack. Die Speicher-Ladezeit ging mir auch. Ach, die Speicher-Ladezeit, das ist auch immer eine Speicher- und Ladezeit. Die Ladezeit für ins Spiel hat mich genervt. Mal schauen, was da alles verbessert haben. Ich habe mir jetzt eine Sache zu diesen Sachen hier überlegt, denn ich weiß, dass man das Spiel in mehreren Etappen, sage ich mal, durchspielen kann. Sprich, es heißt, du kannst den Weg gehen, den Weg, den Weg. Sowas wie Bioshock, Dishonored und was weiß ich noch für so ein Spiel als drittes. Und da ich auf jeden Fall die Geschichte erleben möchte, da ja auch in 10 Tagen The Search rauskommt, was ich ja aufnehmen werde, möchte ich bis dann auch durch sein. Und jetzt würde ich dann sonst nochmal, jetzt würde ich auch vielleicht spielen, nicht weil ich es nicht könnte. Aber ich möchte halt ein bisschen die Story kennenlernen und sowas, ja, und einfach mal schön entspannen, was heißt entspannt, es wird trotzdem, sage ich mal, Gegner und sowas geben. Und die KI würde auch ganz gut sein, hoffe ich mal. Aber wir können ja einmal so durchspielen, ansonsten, wie mich auf Twitch dann noch einmal schwer oder Albtraum umzuschauen, der andere Weg, ob der dann besser gewesen wäre. Aber es geht ja hauptsächlich darum, dass man was vom Spiel sieht und sich nicht die Zähne ausbeißt und die Leute sagen, ey, der nimmt jetzt fünf Folgen schon dasselbe auf. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, ihr versteht das und von daher werden wir das jetzt mal machen. Wir haben die Wahl zwischen einem Männlein und einem Weiblein, aber ich denke mal, wir werden... Oh, die hat noch ein rotes Auge. Äh, wir werden den Mann nehmen. Mrs. You, Mr. You, okay, die heißen beide Leiche hier. Also, ähm, ich denke, ich werde trotzdem den Mann nehmen. Ich weiß nicht, ich kann mit der Frau, soll jetzt nichts Böses sein, aber ich kann, ich weiß es nicht, ich muss, ich spiele einfach in Mannmann. Ich bin nicht so Mädelsgeil bei den Spielen, also von daher müsste ich jetzt mal schauen. So, wir sehen uns jetzt mal den Ladescreen an. Ich hoffe, ihr versteht mich auch ganz gut, weil die Musik ballert hier durch, das gibt's gar nicht. Die ist schon nur noch auf 30 runtergedrosselt worden und die knallt, die Musik geht mir so auf den Sack. Also, das ist eine richtige Kackmusik, muss ich ehrlich sagen, die das Spiel begleitet. Deswegen will ich so schon gar nicht hören. Ähm, ich bin jetzt echt mal gespannt, gleich das Umschauen, das Feeling, ob das alles besser ist auf dem PC. Für meine Meinung ja, weil auf einem PC ist alles viel präziser, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben immer noch das selbe Problem, der Ladescreen im Ladescreen. Wofür lädt der das Spiel, wenn er hier nochmal lädt? Das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber gut. Wir haben ja mal eine Stunde gespielt gehabt schon, Leute. Wisst ihr ja selber. So, los geht's. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Einen wunderschönen guten Morgen, Wecker. Oh, lass mal das Ding ausschalten. Mein komisches Nokia-Handy in die Hand nehmen. Schön. Schön. So, was sagen wir zu Grafik? Hey, Morgen, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich hab den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Ich, ähm, es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay, der erste Tag. Neues Ziel. Drücke O. Der erste Tag. Ziehe deine Tronstar-Uniform an dein Apartment. Gut, Quaternilie voll. Äh, so. Elektronik leicht gemacht. Ich werde die, denke ich mal, nicht alle vorlesen, da ich mir vorstellen könnte, dass dieses Spiel wieder tausend Dinger davon bietet. Wenn ihr euch sogar noch ein bisschen mehr interessiert dafür, dann, ähm, wie gesagt, ich lasse sie weil lange genug hier eingeblendet. Aber ansonsten einfach mal kurz auf Pause klicken und dann könnt ihr die Scheiße auch lesen. Äh, Maustaste 2 zurück. Ah, so, okay. Warum fällt der Stuhl eigentlich schon um, bevor... Ich glaube, Stuhl. So, ähm... Es sieht sehr, sehr hübsch aus, auf jeden Fall. Eindeutig besser wie auf der... Ja, wie auf der Konsole. Ähm, gut, die Tür kann man nicht benutzen. Schade, sehr hübsch da draußen. Aber, uns ist aufgefallen, da hinten auf der Brücke würde jetzt Arcane Studio stehen, wenn ich mich nicht irre. Und auf das Gebäude da hinten müssen wir. Ähm, interessant, da steht es nicht drauf. Okay, ist ja nicht schlimm. So, wir schauen uns jetzt mal hier die Sachen an. Was ist das denn? So vertragen, Hebekraft 3 brauche ich dafür. Ist zu schwer kriegen wir dann dieses Kissen... Boah, das haben wir gestemmt und das wurde eingesprüht mit... Persil, Alter, was ist das denn hier? Guckt euch das an, das ist ja stramm wie ein Brennerzeug. So, wir lesen wieder Einführung in die Studie der parapsychologischen Metallise. Alter, wer kann das denn aussprechen? So, wir haben hier... Geht ja eigentlich kaputt. Boah, wie ein Stein. Lesen im Zuge des Fermi-Problems. Okay. So, wir schauen uns mal weiter an alles. Ich weiß nicht, ob hier Musik kommen sollte. Interessant auf jeden Fall. Aber das haben wir ja alles schon mal gemacht. Ich werde mir auch jetzt nur noch das Zeug holen. So, wir lesen. Die wissenschaftliche Methode. Notiz. Und im Herzen eines Vox. So, was haben wir dann hier? Hier hatten wir ja die Schränke. Nehmen wir. Haben wir nichts. Nehmen wir. Nehmen wir. Enzyklopädie. Der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Okay, gut. Wir werden uns dann mit dem Anzug schnappen. Denn das meiste haben wir ja schon mal in den anderen drei Teilen gespielt. Von daher denke ich mal, wenn wir das nicht nochmal abgrasen alles. So. Macht die Pots up. So, wir schauen mal. Hier kommen wir immer noch nicht raus. Das wissen wir ja. Guten Morgen, Mr. Yu. Ja, guten Morgen. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Hm. Wenn da wirklich einer wäre. In Wirklichkeit ist das hier nur Verarsche. Aber auf dem PC fühlt sich das schon ganz anders an, Leute. Kauft euch definitiv das Spiel, wenn ihr könnt, für den PC. Also es ist kein Open World. Es ist halt immer, falls die Frage bestimmt aufdritten, sollte sie sich. Es ist kein Open World. Es ist quasi, es ist ein großer Raum, sag ich mal. Es ist immer Raum, man sieht. Da könnt ihr ganz viel erleben und halt viel tun. Und dann geht es in den nächsten Abschnitt weiter. Naja, das sind einzelne Karten, die dann durch eine Verbindungstür wahrscheinlich, durch einen Ladescreen dann miteinander verboten werden. Ja, das ist ein schweiniges. Oh. Ah, die Musik ist hübsch, ne? Ja. Schön. Schön, wenn das auch echt wäre. Aber merke ich denn nicht, dass ich hier in dem Raum ganz normal bin? Und dass das Ding sich nur so komisch mit dem Licht ändert. Schöner Blick auf die Bucht. Naja, es ist ja ein bisschen 1900, dass dein hier vorgefertigter Weg dann sieht aus, als wenn wir auf Schienen fahren können, wie die sitzen, das merkt man nicht nicht. Ähm, ein paar Fehler sind, also das ist Fehler, aber es ist halt, ich möchte das Spiel auch jetzt nicht schlecht reden, ne? Falls ich hier jetzt schon gehatet werde. Ähm, es ist echt nicht schlecht, aber es ist, man merkt einfach, dass es halt in manchen Sachen ein bisschen altbacken ist, aber es ist ja nicht schlimm. Äh, solange der Rest gut ist, ist mir das eigentlich auch alles egal. Und jetzt ist es so lange die Grafik stimmt, stimmt bei mir eh alles. Obwohl ich hab damit kein Problem. Jetzt sind wir schon die ersten 10 Minuten rum und haben auch nichts erreicht. Ich denke mal, diese Folge eben holt auch so ein kleines Video, was euch noch erwartet und dann geht's in der nächsten Folge. Da wären wir, Mr. Hugh. Danke. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Äh, viel Erfolg. Hallo, Dr. Hugh. Ich bin ein Sybil, 495 Wissenschaftsoperator. Jo, alles klar. Willkommen, Morgan Hugh. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Schön. Also wie gesagt, einzelne Areale sind es immer und die können wir erkunden. und dann könnt ihr zum nächsten Abschluss weiterführen. Das heißt, wenn ihr aber auch da die Monster, glaube ich, besiegt habt, sind die dann auch geklärt. Morgan. Endlich. Meine Familie, die mich anscheinend hasst, liebt, man weiß es nicht, es soll sehr, sehr spannend sein. Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Nein. Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Jus. Normen zu brechen, liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Ja. Mr. Yu, ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns. Mach. So, kurz Morgel. Guten Morgen, morgen. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Jo. Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Alles klar. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Ah, es gibt einen Riechenschleich. Okay, morgen. Aber das ist auf C. Oh, da kann ich ja... Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Muss ich umstellen doch wieder das Spiel. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur neun Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sehen Sie? Er... Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich... Ja, wo sonst? Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Ja, ja, ist klar. Ich mach bestimmt irgendwas falsch, Wetten. So. Raum. Aha. Springend. Das ist aber noch normal, ne? Ja, okay. Okay. Also gut. Es geht los. Jo. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Wetten, ich muss nur welche Pflegekette nur besitzen? Und alles war okay. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Yo. Hallo? Hallo? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Es wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Äh, etwas Neues probieren. Gut, Sie haben den Dreh aus. Weiter so. Danke, mit dem Touchfeld habe ich früh gelernt. So. Ähm, ja, das war es mir. Ich kenne die Antwort schon auswendig. Gut, weiter. Dicken Mann stoßen. Fast geschafft. Den dicken Mann stoßen. Müssen Sie. Ich würde sicher dasselbe tun. Das glaube ich, dass Sie das definitiv tun würden. Sehr gut. Gleichfertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... Äh, ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte sehr, ja. Mein Gott, Sicherheit, Sicherheit! Game over. Spiel durchgespielt. Ich bin ein bisschen müde. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Ich denke, da haben wir auch den ersten Part geschafft. mesa. 곳. infrared.